Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich mal die British American Tobago Aktienanalyse für euch dabei. Wir schauen uns hier die wichtigsten Punkte an, gehen so ein bisschen auch ins Kurzporträt rein, das heißt, wo ziehen sie die Umsatzerlöse her, wie schaut es in den kommenden Jahren aus und was hat auch die Dividende in den vergangenen Jahren gemacht. Das Ganze für euch wie immer kurz, knapp und kompakt zusammengefasst und am Ende schauen wir uns natürlich auch die aktuelle Chart-Situation an. Ja, und bevor wir starten, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo dalasst und auch gerne noch die Glocke aktivieren, damit ihr hier keine Analyse mehr verpasst und wie gesagt auch immer gerne fleißig unten in die Kommentare schreiben und schaut hier mal bei meinem TikTok-Kanal vorbei, auch da bin ich jetzt für euch präsent seit diesem Jahr und hier könnt ihr einfach das Ganze per QR-Code einscannen und landet direkt auf dem Kanal. Und jetzt würde ich sagen, wir starten mal direkt rein mit British American Tobago und ich denke, die allermeisten kennen es von euch, sie sind hier eine der größten Tabakproduzenten der Welt, das darf man nicht vergessen, auch Zigarren stellen sie mit her, Pfeifen, Tabak und so weiter und allein im Jahr 2021 verkaufte man hier 637 Milliarden Zigaretten. Man hat hier auch über 200 Marken mit an Bord, was die Zigaretten betrifft, Lucky Strike, Palmol und so weiter, das heißt wirklich groß und man ist hier auch so ein bisschen alternativer unterwegs, weil klar, viele sagen, das Thema Tabak kann oder wird in der Zukunft vielleicht immer weniger werden, aber sie setzen ja auch Alternativen, also haben natürlich auch Möglichkeiten für die Zukunft, sich weiter aufzustellen und aufzubauen und jetzt schauen wir uns hier auch mal den Umsatz nach Geschäftsbereichen an. Wir haben hier die Combustibles mit 85,8% und dann noch viele weiter, auch die Tobacco Heating Products mit 3,3%, die auch gut gewachsen sind im Jahr zuvor mit 34% und man sieht ja einfach, dass hier so eine grobe Verteilung stattfindet. Die Umsätze nach Regionen ist ganz klar auf Platz 1 die United States, die haben auch um 1,9% nochmal zugelegt, auf insgesamt 45,5% Umsatzanteil, danach kommt Europa und Nordafrika mit 22,6%, das wurde hier jetzt einfach zusammengefasst, dann kommt der asiatisch-pazifische Raum und der mittlere Osten mit 16,3% und dann folgen die weiteren, aber wie gesagt United States ganz ganz klar oben auf mit über 45% und wir werden nachher an den Zahlen auch gleich sehen, wie solide British American Tobacco eigentlich ist. Sie zahlen auch eine sehr stolze Dividende, also auch für Dividendeninvestoren sehr attraktiv und jetzt gehen wir aber erstmal weiter hier in die Aktionärstruktur und auch das ist mir immer ganz ganz wichtig, wer ist hier mit beteiligt, vielleicht welche große Namen, die man irgendwo rausstechen hört, hier zum Beispiel mit BlackRock Investment mit 3,79%, dann kommt schon gefolgt die Vanguard Group, auch sehr sehr groß mit 3,49% und dann auch noch BlackRock Fund mit 1,68%, das sind mal so die bekanntesten, die hier mit an Bord sind. Größte Beteiligung hat Spring Mountain Investments mit 8% circa, das ist mal so einfach wieder für euch die aktuellste Aktionärstruktur und dann springen wir auch schon weiter hier in die aktuellen Zahlen beziehungsweise auch die planmäßigen Zahlen für die Zukunft, hier einfach mal ein bisschen die Glaskugel geholt bis 2025, wir sehen, dass die Umsätze sogar leicht weiter steigen sollen, wir sollen bei letztem Jahr bei 27,6 Milliarden, nur im britischen Pfund rausgelaufen, sollen bis 2025 bei 30,6 Milliarden stehen. Das EBITDA soll sich auch nochmal erhöhen von 13,2 bis 14,9 und was ich hier auch sehr stark finde bei British American Tobacco, ist die Umsatzrendite, die nahe der 44, 45% Marke liegt, also wirklich sehr sehr weit oben, also im hohen zweistelligen Bereich und auch die Nettomargen sollen hier bis auf 30% anwachsen, was wirklich sehr stark wäre, man muss natürlich abwarten, ob das eintrifft und ja, viele werden jetzt sagen, ja, gerade das Thema Tabakrauchen unterstütze ich nicht, möchte ich nicht investieren, verstehe ich vollkommen, aber wie gesagt, an sich insgesamt wollte ich einfach auch zeigen, dass sie hier eine sehr solide, beständige Aktie sind, mit auch viel Beständigkeit, wie man hier sieht, auch in den Nettomargen und den Umsatzrenditen und in den allgemeinen Jahresergebnissen, was für mich gerade hier auch immer sehr sehr wichtig ist, dass man beständig ist und das Ganze auch vielleicht noch ein bisschen ausbauen kann auf die Zukunft. Und wenn wir hier mal sehen, wir kommen 2020 von der Dividende von 2,16 pro Aktie her, man möchte das bis 2025, also über 5 Jahre gesehen, auf 2,77 ausbauen, das heißt, man möchte auch hier weiter die Dividenden steigern und wir schauen uns dazu jetzt auch mal so ein bisschen die vergangene Dividendenhistorie an, bis 2012, also einfach mal so 10 Jahre in die Vergangenheit und da sehen wir, dass wir hier 1,35 noch hatten vor gut 10 Jahren, wie gesagt, jetzt stehen wir, ich gehe jetzt nochmal ganz geschwind zurück, bei einer Dividende von 2,31, also sprich fast eine Verdoppelung auf 10 Jahre gesehen, wir sehen es hier oben, dieses Jahr sind sogar 2,45 geplant, also nicht ganz, aber fast gute 100% innerhalb von 10 Jahren und das Ganze auch noch mit sehr sehr Beständigkeit und sehr sehr solide und nachhaltig und gerade nachhaltig ist für mich da wichtig und das sehen wir jetzt hier auch nochmal, da springe ich nochmal in die gesamten Geschäftszahlen rein, wir haben ja hier die Dividende von 2,31, haben einen Gewinn pro Aktie von 2,92, dieses Jahr sogar geplant mit 3,70, sprich eine Ausschüttungsquote von irgendwo 75, 80%, also selbst da hat man noch ein bisschen Luft, die Dividende anzuheben und auch der Gewinn pro Aktie und der Free Cash Flow, die sollen weiter ansteigen, was auch die Dividendenkontinuität für die Zukunft weiter bringen kann. Das war so ein bisschen zu den Geschäftszahlen, mal ein kurzer Ausflug und jetzt gehen wir mal direkt rein in den aktuellen Chart, ich habe euch heute mal den 10-Jahres-Chart mitgebracht, wir stehen ja aktuell bei einem Kurs von 34,20 Euro, haben ein kleines Tagesminus von 0,58%, alles in allem stehen wir gerade unter der 50- und unter der 200-Tage-Linie im langfristigen Bereich, wenn wir aber schauen, wo wir vor 10 Jahren herkommen, bei knapp 40 Euro, sehen wir, dass wir sehr, sehr solide gelaufen sind, wir sind ja auch mal zwischenzeitlich auf einen Hoch von 64,77 Euro gelaufen, sind dann wieder ein bisschen abgerutscht, aktuelles absolutes Tief auf 10 Jahre gesehen, war hier bei 25,80 Euro, aber man konnte sich jetzt so über die letzten, ja, 3, 4, 5 Jahre hier so in der, ja, breiteren Seitwärtsrange gefangen halten, wie gesagt, kein Riesenausbruch nach oben, kein Riesenausbruch nach unten, also sehr solide und beständig, was man als Dividendeninvestor auch in so einer Aktie möchte und es winkt auf der anderen Seite eine hohe Dividende, man sagt ja oft, hohe Dividende ist höheres Risiko, natürlich hat man bei jeder Aktie ein Risiko mit dabei, auch bei British American Tobacco, aber ich sehe das Risiko etwas begrenzt, weil hier sehr, sehr solide gewirtschaftet wird. Das ist mal so meine eigene Einschätzung, schreibt mir doch mal gerne unten in die Kommentare, ob ihr British American Tobacco in eurem Depot habt, würde mich echt mal brennend interessieren oder was ihr vielleicht für andere Tabakaktien mit in eurem Portfolio habt oder ob ihr grundsätzlich sagt, nein, Tabak kommt bei mir nicht ins Portfolio, würde mich echt interessieren, unten in die Kommentare schreiben und wenn euch mein Video und mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch an dieser Stelle gerne ein kostenloses Abo da, aktiviert noch die Glocke, um hier wirklich kein Video und auch keine neue Analyse mehr zu verpassen, würde mich mega freuen, wenn ihr hier mit dabei seid und das war es jetzt von meiner Seite, ich wünsche euch allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!